Hallo zusammen und schön habt ihr wieder eingeschaltet zu die Siedler 2. Ja, wir haben Gold, unser Lager ist auch gerade fertig geworden. Wunderbar. Mal schauen, wie sich das hier das Ganze dann noch eskaliert. Gut. Okay, da hatte ich auch nicht vor weiterzubauen. Passt mir eigentlich. Dann reiße ich das hier mal ein. Wunderbar. Wir brauchen einfach noch mehr Soldaten. Die können eigentlich alle weg. Brauche ich nicht. Wenn sie bis dahinten hinkommen zur Hauptkarte, die haben wir dann so oder so verloren. Von dem her passt das eigentlich. Gut, hier müssen noch zwei Münzen rein. Die eine kann vielleicht noch da rein, so wie es aussieht. Nee, die geht nach hinten. Perfekt. Dann ist hier Münzenstopp. Dann haben wir schon mal reilig goldene Soldaten. Boah ey, wie wir da nach oben schießen, das ist ja nicht normal. Ja, das ist jetzt halt eine über. Das ist aber egal. Ah, da hat er jetzt auch zwei Striche. Ähm. Dann sag ich mal eher, dass das hier mal langsam zurück kann. Damit wir dann genug Einheiten haben für hier oben. Da kommt noch ein Tick mehr. Das ist Orangene rein. Dann haben wir die Hoffnung, dass dann auch bessere Einheiten dann hier in die Festung reingehen. Ja, mit Kohle haben wir gesagt, ne? Okay, da ist auch schon ein bisschen was drin. Mal schauen, ob wir dann gleich irgendwie einen Katapult aufbauen können, weiter vorne. Boah. Eine Güte. Ähm, warte mal. Wenn sich das auch gleich lohnt. Wie ist Münzenstopp? Wieso kommen da noch Münzen rein? Wie sieht es hier aus? Darf es noch? Machen wir hier die Front auf? Aber jetzt die Hoffnung, dass da ein paar Generäle reingehen. Ja, bildet euch aus. Ist auch fertig. Sehr schön. Und selbst bei den Eseln ein bisschen Wassermangel. Machen wir einfach nochmal einen Brunnen. Oh, hier fällt mir voran. Hallo, da bin ich. Na toll. Ähm. Warum kann ich hier nicht, he? Weil wenn der Baum da weg ist. Dann machen wir hier mal einfach einen Holzfäller. Auch wenn er mir gerade nicht viel bringt hier. Für die zwei, drei, vier Bäume. Und natürlich einen Fischer. Ein Fischer geht immer. Gut. Gut, wir haben ja auch eine gute Mischung. Gut, wir können hier nochmal ein paar reinstecken. Links nichts startet es nichts. Ähm. Stein. Und das Militärgebäude hier oben. Wollen wir mal reinschauen, mit der Gefahr, dass Russland halt angreift. Wir brauchen ja einen Anhaltspunkt. Wie lassen wir es? Jetzt fließen. Dann mache ich hier mal Münzenstopp. Zeig dir was Schönes. Also der ist schon mit uns befeindet, ja. Traut sich einfach sehr wahrscheinlich noch nicht. Aha. Ich schaue nur. Aha. Also wenn ich die stärksten Einheiten nehme, denke ich mal kommen die von da und da. Wisst ihr was? Ich will nur das, dass ich irgendwo ein Katapult hinbauen kann. Und eben so die Einheiten wegnehmen kann. Augen zu und durch. Nein. Kommen alle von da oben? No. Aha. Okay, da sind nicht alle starke drin. Unten hat er auch noch schwache. Also ein goldener sitzt drin sicher. Und dann sitzt noch ein normaler. Und dann ist es sicherer gleich Münzenstopp. Und dann ist es sicherer gleich Münzenstopp. Natürlich darf ich nicht. Ähm. Ah. Dumm. Dann schwägt sie hinten ein bisschen ab. Die haben ja alles goldener drin mittlerweile. Könnte ich halt auch schon mal Münzenstopp machen. Könnte ich das hier eigentlich so einstellen, ne? So. Jetzt kommt noch ein starker. Schick noch zu der zusätzliche. Ich weiß nicht, ob das reicht. Okay. Ich weiß nicht, ob das ist. Hier hat er das Gold. Ich war da mal ein Katakult. Müssen wir halt oben durch? Hm? Aha. Doch noch was gebaut. Gut, da kommen zwei Generäle hin. Passt schon. Ähm. Wäre cool, wenn wir gleich eben das Gold hier wegschnappen können. Angreifen kann ich gerade nicht. Da kommt da ein Rekrut rein. Auch egal. Dann schicken wir halt Münzen noch rein. Ah. Er greift an. Und cool. Hauptsache, wir haben Schaden angerichtet. Genau. Köpfel gegeneinander. Hopp, hopp. Bleib hier. Ja, da war absehbar. Ich kann mal mit einem, das ist kacke. Ähm. Oh, die Verbindung ist unterbrochen. Sehr schön. Das gibt uns auch ein bisschen Zeit. Da ist einer drin. Können wir uns Glück mal versuchen? Ich will da schon wieder was bauen. Also wir haben ja Land verloren. Also sollte es eigentlich ja... Ist das hier eine Verbindung? Bitterer Schwaches, bitterer Schwaches. Yes. Yes. Wunderbar. Nein. Ach, voll. Da wird ihn noch gerade so gerettet. Gut. Er ist überall aufgestockt. Dann können wir eigentlich hier wieder ran. Das Gebäude eingenommen. Das ist ja immer wunderbar. Ähm. Wir müssen einfach die Wirtschaft nicht vernachlässigen. Äh. Der Bäcker sollte jetzt ja genug haben. Ja, natürlich. Mehr als genug. Ähm. Weizen haben wir auch noch ziemlich viel. Wir brauchen hier noch mal eine Schweinezucht hin. So. Ey. Schauen wir mal, was da drin ist. Keine Fischbestände. No! Der gute Fisch. Gut, dann ist weg. Dann gleich mal rüber ins Geschehen. Ich spiele ihn einfach hier vom Gold-Vekorn. Stein. Adios. Raps the Bower, eh. Was? Oh Gott sei Dank. Wer den Katapult hier haben muss. So, das Katapult ist okay. Wir haben ja auch ziemlich Holzfass. Das lag ja schon hier hinten. Also, dann wird das eine relativ kurze Runde. Ja, da kommen Münzen. Das darf nicht sein. Ähm, äh, da, 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 da. Angriff Maximum. Ich glaube sie euch. Nur eine Barracke. Sehr schön. Ah, diesmal gehört zu uns. Nee. What? Da ist es ja schon. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Es wäre noch viel weiter weg. Wie liegt da hinten? Gibt es doch nicht. Dann auf das Katapult aufpassen. Ähm, sitzen. Ja, würde ich mal sagen. Easy going, ja. Oh nein. Das erste Gold. Look. Er schießt. Er schießt und trifft nicht. Ja. Okay. Er schießt und trifft nicht. Mach schnell. Sonst trifft er noch. Ja. Ja. Problem gelöst. Wunderbar. Ah, weißt du, Spass macht wollen wir den auch noch. Er wird jetzt sicher noch ziemlich viele Einheiten hier drin haben. Gehe ich mal davon aus. Muss ich mal sagen, das ist relativ schnell gegangen. Das holen wir uns auch noch. So wie das hier. Na guck, dem ganzen generellen Rücken nach. Das wird einfach für uns. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Jetzt kann ich schon mit der Afte rein. Keine Fischbestände. Keine Fischbestände. Weg. Ähm, kennen wir. Keine Fischbestände. Auch weg. Auch meins. Oh, danke. So, nun ist er reingekesselt. Also, abgeschlossen von seinem Haukartier. Restlichen Sachen. So. Nein, wir haben keine Verknüpfung. Danke. Rückt nach, meine Freunde. Rückt nach, meine Freunde. Dann holen wir das noch hier, dass wir das finden können. Und dann greifen wir da mal schön an. Ich glaube, sie haben den einfach wirklich überrumpelt. Und da. Ah, da hin. Dann nach unten. Wunderbar. Aha. Wir sind böse. Keine Steine. Oh nein. Da kommen noch ein paar schaulustige Soldaten. Tja. Das war's für ihn. Boah, zwölf Stück. Ja, komm. Alle raus. Hahaha. Nächster. Easy. Nach dem sollte der Goldere kommen. Falls er einen hat. Nö, hat er nicht. Ja. Was soll ich sagen? Hahaha. Das war Australien. Will weh? Sie haben diesen Kontinent erobert. Ja, lockerflockig. Sehr schön. Ja, dann wird als nächstes sehr wahrscheinlich Grünland sein. Ja. Somit sage ich wieder, ja. Vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und ich hoffe bis zum nächsten Mal. Tschau zusammen.